Der Friede vom Kind in der Krippe, er sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen in der Altenberger Kirche am Heiligen Abend. Wir hören die Geschichte von der Geburt von Jesus Christus. Dieses Jahr konnten wir leider kein Krippenspiel einstudieren mit den Kindern unserer Gemeinde, aber wir haben fleißige Marionettenspieler gewinnen können, die uns die Geschichte vom Kind in der Krippe nahe bringen. Ich wünsche uns, dass uns dieses besondere Weihnachtsfest anrührt und zu Gott führt. Gott segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Gott segne uns den Gottesdienst. Jesus, Gott, bald, mach dich bereit. Ihr Herr lebt nach dünnen Nacht. Sein zarter Heist, am Herzen, sich freut. Und lieb ist seine Macht, und lieb ist seine Macht, und lieb ist seine Macht. Sein zarter Heist, am Herzen, sich freut. Heil Christus, mein Heil Christ, ihm hat gefällt. Die Weihnachtsgeschichte steht beim Evangelisten Lukas im zweiten Kapitel. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihnen Windeln und legte ihnen eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hürden in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und das Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hürden untereinander, Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschrieben ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hürden gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hürden kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Weihnachten ist auch das Fest der Geschenke. Viele Kinder, und nicht nur Kinder, haben ja einen langen Wunschzettel. Aber nicht jeder Geschenkewunsch bleibt auch bis zum Heiligen Abend bestehen. Neulich kam der kleine Paul nach Hause und sagte zu seiner Mutter, du kannst die Eisenbahn wieder vom Wunschzettel streichen. Die Mutter entsetzt, wieso das denn? Na, ich habe gestern eine im Schrank gefunden. Geschenke sind das eine. Aber die Geschichte vom Kind in der Krippe, die ist der Anfang und der Kern von Weihnachten. Wer die kennt, der versteht, worum es bei Weihnachten geht. In jeder Krippe gibt es im Hintergrund ein Ochsen und ein Esel. Die sind da ganz still und freundlich und mit Freude sehen sie auf das Kind in der Krippe. In der Weihnachtsgeschichte, da kommen Ochs und Esel gar nicht vor, aber in einem alten Buch der Bibel beim Propheten Jesaja, da steht etwas über Ochs und Esel. Da heißt es, der Ochse kennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn. Aber ihr kennt mich nicht und mein Volk versteht es nicht. Wer selber ein Pferd hat oder ein Esel oder ein Ochsen oder jemanden kennt, der so einen Vierbeiner besitzt, der weiß, dass diese Tiere genau ihren Herrn kennen, ihr Herrchen, ihren Besitzer. Ich war als Jugendlicher oft in Rumänien und da konnte es passieren, wenn man im Sommerabend durch ein Dorf fuhr, dass auf einmal Kühe die Straße entlang liefen, scheinbar ohne einen Hürden, ohne jemanden, der auf sie aufpasst und die Kühe bogen mit Präzision genau in den Hof ein, zu dem sie gehörten. Die Kühe wissen genau, wo sie hingehören, wo ihr Herr wohnt. So ist es auch mit den Pferden. Die rumänischen Bauern, wenn sie abends oder nachts von der Kneipe kamen, mussten sich nur in den Wagen legen und die Zügel anziehen und die Pferde sind allein bis nach Hause gelaufen. Die Bauern konnten unterdessen schlafen. Der Ochse kennt seinen Herrn, der Esel die Krippe seines Herrn, ihr aber kennt mich nicht und mein Volk versteht es nicht. Ochse und Esel fragen dich heute an diesem heiligen Abend, kennst du das Kind in der Krippe? Weißt du, wer heute Geburtstag feiert? Kennst du Jesus Christus persönlich? Wir können uns heute Abend am heiligen Abend fragen, oder bin ich vielleicht ein Ochse des Konsums? Geht es mir nur um die Geschenke? Frage ich, oh, was hat der mir geschenkt? Was hat der mir geschenkt? Der hat mir nichts geschenkt, dann bekommt er nächstes Jahr auch nichts. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Geschenke, ich mag es, die zu bekommen und auch selber zu schenken und auch im Neuen Testament kommen Geschenke vor. Selbst das Jesuskind bekommt welche, die drei Weisen aus dem Morgenland kommen und bringen dem Kind in der Krippe Geschenke und keine billigen, Gold, Weihrauch und Mürre. Aber der eigentliche Kern und das Geheimnis von Weihnachten ist, dass Jesus Christus das Kind in der Krippe das größte Geschenk von Gott ist, was er dir jemals macht. Darin liegt das Geheimnis und wenn wir das verinnerlicht haben, dann können wir auch mit fröhlichem Herzen schenken, dann können wir auch dem schenken, wo wir meinen, nichts zurückzubekommen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn, ihr aber kennt mich nicht und mein Volk versteht es nicht. Rührt dich der heilige Abend an, ist Weihnachten etwas Besonderes für dich, dann trügt dein Gefühl nicht, denn wir feiern den Geburtstag der wichtigsten Personen der Weltgeschichte. Und Heiligabend lädt dich ein zu dem Kind in der Krippe und dieses Kind wird noch groß, es ist erst der Anfang. Deswegen lerne Jesus Christus persönlich kennen. Amen. Seht und hört, wie alles geschah, wie Jesus in der Stadt Bethlehem geboren wurde oder soll ich lieber sagen in dem Dorf Bethlehem? Kaiser Augustus, der Herr der damaligen Welt, ordnete eine Volkszählung an und so musste jeder in den Ort, wo seine Familie herstammte, gehen um dort gezählt zu werden. Eine lange Reise muss auch Josef antreten mit seiner Frau Maria, die ist schwanger. Ach, Josef, ich bin so müde. Nur noch eine Weile und dann kannst du dich ausruhen. Wir bleiben in der ersten Unterkunft, wo sie ein freies Zimmer haben. Komm weiter, Josef. Wir versuchen es woanders. Wirt, öffne! Warum macht ihr hier so einen Lärm? Das Gasthaus ist überfüllt. Hier passt keine Maus mehr rein. Du hast recht. Wir gehen weiter. Aber was Josef nicht weiß, alle Gasthäuser in Bethlehem sind überfüllt. Es sind so viele Leute für die Volkszählung in die Stadt gekommen. Denn aus Bethlehem stammte der große König David. Er lebte vor tausend Jahren. Von ihm stammt auch Josef ab. Josef und Maria gehen von einer Tür zur anderen und überall hören sie Wir haben keinen Platz. Wird sich keiner über uns erbarmen? Komm, wir versuchen es noch da. Was wollt ihr hier im Dunkeln? Wir sind aus Nazareth und wir können nirgendwo eine Unterkunft finden. Meine Frau muss sich wirklich ausruhen. Aber bei uns ist auch kein Platz mehr. Alle Zimmer sind belegt. Sehr gerne würde ich euch helfen. Aber warten Sie mal. Vielleicht könnten Sie sich in unserem Stall ein Lager bereiten. Ich meine, wenn es Ihnen genügt. Es ist nicht viel, nicht bequem. Mindestens haben wir ein Dach über dem Kopf. Wir danken Ihnen. Maria und Josef finden endlich eine Unterkunft. Sie können sich zwar einen bequemeren Ort für ihre müden Beine vorstellen, aber in der Not genügt auch ein einfacher Stall. In diesem Stall geschieht es. Jesus wird geboren. Er bekommt keine Seidendeckchen, er bekommt keine goldene Wiege. Seine Mama wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe. Aber trotzdem ist das arme Baby der Erlöser der Welt. Auf dem Land um Bethlehem herum wurden schon immer Schafe in Herden gehalten. Die Hirten hüten wie jede Nacht ihre Schafe. Nichts Besonderes ist los, aber es ist keine gewöhnliche Nacht. Auf einmal strahlt ein helles Licht auf. Bei ihnen steht plötzlich ein Engel. Fürchtet euch nicht, ihr Hirten. Hört, was diese Nacht passiert ist. Euch ist der Heilung geboren, der Erlöser aller Welt. Was ist passiert? Wo ist es passiert? Sag uns wo, da wollen wir hingehen. Das Kind liegt in einer Krippe in Bethlehem. Das werdet ihr es finden. Und ich dachte mir schon, dass etwas passiert sein muss. Ich habe den großen Stern am Himmel gesehen. Es war so hell wie am Tag. Ich kann nicht glauben, dass ich so ein Glück haben soll, den Messias zu sehen, den wir erwarten. So glaubt es, denn heute ist er geboren und jetzt eilt schon nach Bethlehem. Die Hirten warten nicht mehr. Sie laufen los nach Bethlehem. Da finden sie Maria, Josef und das Kind. Hier wird es sein, siehst du, der Stern steht direkt über dem Dach. Seid gegrüßt, wir wollen das schöne Neugeborene sehen. Seht hier und freut euch mit mir. Lieber Heiland, wir kommen und wir danken dir, dass du zu uns auf die Erde gekommen bist. Ich bin so froh, dass ich dich sehen kann. Gott sei mit euch. Friede sei mit dir. Die Hirten sind nicht die einzigen, die den kleinen Jesus willkommen heißen. Aus fernen Ländern reisen drei weiße Könige an. Sie wollen sich von dem neuen König der Welt verbeugen und bringen ihm königliche Geschenke, Gold, Weihrauch und Mürre. Schon lange verfolgen wir diesen Stern. Wir kommen, um einen neuen König zu begrüßen, der soll über die ganze Welt regieren. Weit 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 weg im Osten zahlen wir diesen Stern und er führte uns bis hierher. Als Beweis unserer Hochachtung bringen wir dem neuen König kostbare Geschenke und so kommen die Könige bis nach Bethlehem und finden den Stall Josef Maria und das kleine Jesus Kind. Sei gegrüßt mächtiger König wir verbeugen uns vor deinem Wurm und deine Macht wir bringen dir Geschenke nimm sie bitte an Friede sei mit euch und jetzt müssen wir zurück in unsere Heimat wir suchen den neuen geborenen König der Jüden wir erwarten ihn in einem großen Palast jetzt legt ihr hier in einem Stall in eine Krippe darüber werden wir noch lange nachdenken die Könige reisen ab die Hirten sind wieder bei ihren Schafen Maria kümmert sich um ihr kleines Baby die Könige suchten einen großen König und fanden ein kleines Kind arm altern und doch ist dieses Kind der Heiland der Welt Jesus Christus wir leben in einem reichen Land wir dürfen heute Heilig Abend in einer warmen Wohnung mit guten Essen feiern und sicherlich bekommen wir alle auch Geschenke deswegen ist es eine gute Möglichkeit abzugeben deswegen bitte ich Sie dass Sie uns eine Spende überweisen und wir wollen dabei an die Armen denken die eine Hälfte der Spende geben wir Brot für die Welt um Projekte gegen für die Armutsbekämpfung zu unterstützen die andere Hälfte nehmen wir für unsere eigene Kirchgemeinde dass wir das Evangelium von Jesus Christus verkündigen können und zum Beispiel nächstes Jahr hoffentlich ein Krippenspiel einstudieren können unsere Kontoverbindung finden Sie unter diesem Video oder auf unserer Homepage Bitte geben Sie an einfach Weihnachtskollekte als Spendenzweck und unsere Kirchgemeinde Herzlichen Dank Wir laden Sie ein in den kommenden Festtagen weiter unsere Predigten auf unserer Kirchgemeinde Webseite oder unserem YouTube Kanal zu verfolgen Lasst uns mit Gott reden und zu ihm beten Vater am Himmel danke für das Weihnachtsfest dass wir die Geburt deines Sohnes Jesus Christus feiern können segne uns dieses besondere Weihnachten und wir bitten dich für die die dieses Jahr allein bleiben müssen schenke ihnen Geborgenheit in dir sei bei denen die sich Gedanken um ihr Geschäft oder um ihre Arbeitsstelle machen sei bei den Kranken zu Hause in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen segne die Pfleger und die Ärzte den Sterbenden gib Halt in Jesus Christus sei du bei uns an diesem Weihnachtsfest dass wir erkennen was es bedeutet dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und gemeinsam beten wir Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen und dein ist das Reich die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen Geht hin im Frieden des Herrn Der Herr segne dich und behüte dich Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden Amen